Ja, an alle meine Krieger da draußen für den hellen Herrscher. So, ich bin hier in Minas Morgul und Aufträge kann ich euch eben zeigen. Hier, diesen Auftrag, der Turm der Zauberei. Und ich werde jetzt mal in den nächsten Folgen die Geschichte, besser gesagt die Story abgehen. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Und was ich hier überhaupt schaffe. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt erstmal wieder aufmotzen. Ja. Das ist wichtig hier. So, gucken wir mal, was ist das hier? Cargo-Jagd. Ach komm, fangen wir mal damit an, ich muss mich ja warm spielen. Ähm. Okay. Chaka-Kahn. Oh, Cargo-Jagd. Na, hervorragend. Wenn die Bestie uns jetzt riecht, war alles umsonst. Mhm. Okay. Vom Rücken eines Reittiers. So. So. Nein! Oh! Oh oh, kann ich gar nicht mehr. Nee, das kann ich gar nicht mehr. Ja, mach ich. Mach ich dann. Da ist noch ein Cargo. Na komm schon. Ah, scheiße. Ach ja, ich auch. Ja, leider habe ich es nicht geschafft. Schade, schade, schade. Ich sage ja, ich muss mich erst warm spielen. Ja, es ist hier drudem Goal. Okay, schließen. Aha. So, komm mal her, ihr Keule. Ich hab ein bisschen mal mit dir vor. Nein. Oh. Ich seh nix. Ja, ich auch. Mein ganzes Leben. Nein, nein. Maaann. Ja, 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 da tickt schon ein bisschen. Au. Aha. Scheiße. Nein. Ich mach's gar nix, du Nasenbär. Ach, scheiße. So, einmal. So. Sag mal, ich komm hier nicht weg. So. Zack. Ja, ich muss mich erst, wie gesagt, ich muss mich warm spielen, wenn das kein anderer machen muss. Aber ich, ja. Das ist mein Problem, was ich habe. Wo sind die denn jetzt? Sind die weg? 35. Wer bist du denn? Bog. Oh, legendär. Heimat, deine Sterne. Entflammbar. Morgay fliegen. Beschusssicher. Nun gegen Flur. Er ist zurück. Steh. Zeig dir. Ja. Alles soll paulig und glorreich sein. Ja, genau. Das kann der mich sehen. Naja, eigentlich nicht. Ei, 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 ei. Ja, ja. Er zeigt ein bisschen in der Birne. Ja, ne. Ja. Nene, 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 nene. Ja. Okay. Gut. Auch gut. Ach ja, ist der Beschuss sicher. Ich trottel. Aber das seid ihr nicht. So, du Kasper. Oh, aha. Ja, das tat auch weh. Okay. 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 Eieieieiei. Oh, Mann. Weiß ich nicht. Doch die faulige Wolke um mich verändert sich nur und formt sich neu. Und sie wird dir weiter folgen. Aha. Jawoll. Erledigt. Boah. Arm ab. Hüfte weg. Alles weg. Tschüss. Ja, ja. So nicht. So. Jetzt brauche ich wieder ein paar Kumpels hier. Dahinten ist mit. Wollte ich dringend brauche. Hm. Äh. War nicht hier irgendwas Rotes? Wollte ich so machen. Ja. Yes. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh, ich sehe das jetzt schon kaum mehr, wenn ich mich hier rumprügele immer. Wo ist denn da? Ja, ich muss mich warm machen. Halt. Okay. Nein, nein, die Wilden, die will ich hier so bei mir haben. Wer? Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Eieiei. Au. Ich brauche irgendeinen. Da haben wir hier noch keinen dritten. Doch da. Oh, ah, ah, oh, ha, ah, ha. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Nochmal. Hm. Ja, ich brauche allerhand hier. So. oh wieviel sind denn jetzt hallo 27 stück hier oder wir sind nicht mehr alter da kommen ja noch mehr so prügel dich mit den 100 stück da hallelujah das geht ja gar nicht der Hexenkönig hat sich hier niedergelassen wenn deine Armee bereit ist ich weiß gar nicht wer das ist so komm mal her hier ich brauche hier auch welche Alter wie siehst du denn aus naja hast du alles an der Mille? Nein gut Rückzug ja tschüss wat meine Güte einschlag und der macht dir den Larry absolut den lauten hier hallelujah nein nein hast gar nichts überlegt so geht das schon mal das letzte mal als ich an der Seite das letzte mal als ich an der Seite noch mal du tigst du nicht ganz sauber so halt komm her komm her komm her komm her komm her ja so was von knien so jetzt haben wir hier ach du scheiße jetzt sehe ich das erstmal ja wir müssen hier allerhand machen Mensch das hätte ich jetzt echt unbeholfen hinrichtung schleichend feuerfest das hätte ich jetzt echt nicht gedacht dass das so massig ist ja ja du kannst jetzt wieder gehen da ist auch noch was drin halt hier ja 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 ich dachte ich gehe da hin mach mal eben das Ding hin aber wow ja hier sind also mehr als genug hätte ich das gewusst hätte ich den legendären auch übernommen und du furchtvolle Morgall fliegen und die üblichen gegenhinrichtungen erzuhören ok das machen wir dann wenn wir uns damit auseinandersetzen yeah ja ich brauche immer ein bisschen ein gewöhnungszeit warm machen hi halt nix du netten ja 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 komm her du 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 halt ein bisschen brauche ich noch so oh den killen wir mal eben ja 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 und danke oh ich sehe das schon kommen dass ich äh ja ganz böse überrascht werde das sage ich euch ok zack 5 haben wir davon gut ok mehr kann ich nicht machen da haben wir ein neues Schwert aber ich will ne das ist zwar nicht schlecht für Soldaten erleiden weniger Schaden herrschte für Soldaten erhalten für fluchte Waffen hm hm aber ich lass erstmal das weil der Bonus ist mir erstmal lieber ja weiß ich nicht was ist ist wo wieso bin ich jetzt schon wieder getroffen worden das kann doch nie sein mhm hm 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 wenn die immer so schreien das ist so hammermäßig geil ja wie du Wurm so ich kann die wilden nicht leiden absolut nicht ne so wo ist denn jetzt wo muss ich denn jetzt hin ach da ist das ok 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 ja was der Hexenkönig vorhat genau geschaffen hat geschaffen hat ok diese Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen ok hmm hm hm Eitaria um sich die wunden zu lecken Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Ja, gut, dann bin ich auf der Hut. Deine Fähigkeit, Nazgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. Was? 15 Orks beherrschen? So kann man es auch sehen. Okay, sonst geht der Urwunde. Das ist alles, was zählt. Ach, ich töte den. Ich soll 15 Orks beherrschen. Dann müssen wir frei kämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orks. Wir müssen kein Hindernis darstellen. Da welche? Können Sie zu unseren Zwecken nutzen? Ja, da sind genug eigentlich. Was soll denn? Sch, immer still sein. Immer ruhig, immer ruhig, immer ruhig. Aha. Wo willst du hin? Wir sollten zusammenbleiben. Ich bin ein Rastau. 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 Zeig, wie viel haben wir denn jetzt? Ja gut. So, kommt Leute. Lasst knacken. Rein. Nein! Okay, neun. Oh, da oben sind welche. Schleichbeherrschung. Ja, ist ja gut. Ich will doch nur hier schon mal beherrschen und so. Mensch, musst du doch mal einsehen. Wo bist du denn? Ach, da hin. Okay. Ich brauche aber noch fünf Stück, Lady. So, elf. Ja, nur die besten nehme ich mit, sonst bringt das nix. Die neun werden alles tun, um diesen Ring zu erlauben. Dieser Ring ist nicht Ihre Erlösung. Er ist Ihr Untergang. Alter, was mach ich denn hier für ne Scheiße. Oh, jetzt renne ich auch nur da rein. So, der Nächste bitte. So, komm, einen brauche ich noch. Wo ist sie denn? Da. Das ist gar nicht so einfach hier. Ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen. Ist gar nicht so einfach. Einen brauche ich noch. Kriegen wir den noch? Da. Das fühlt sich gut an. Sich endlich für an. Ja. So. Jetzt haben wir alle 15. Einmal. Egal. So viel wie möglich. Wir sollten nicht getrennt werden. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Warte. So schwer ist es nicht. Nee. Nein, 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 nein. Was ist sie denn jetzt? Da. Oh, wo willst du mit mir hinschätzen können? Kann ja gar nicht mehr wahr sein. Die Ringgeister können. nicht besiegt werden. Weil die kommen immer wieder zurück. Und doch gibst du nicht auf. Nein. Niemals. Das ist der andere. Nein. Das ist der andere. So kommt Leute. Bleib an meiner Seite. ich kenne den Weg ja ich kenne ich auch aber das was die Grünwels ich glaube ich kann mehr Glock trinken als du glaube ich nicht ich habe mal so viel getrunken ich konnte meine Spucke anziehen ja so viel Geld weiter weiter ja ich bin aber ein fixer Junge ja wohin denn jetzt hallo sag mal wo will die mit mir hin es muss einen Weg geben die Nase für immer zu bezwingen wenn es ihn gibt kenne ich ihn nicht ja ich auch nicht ja Sekunde mal mir ist gerade was Moment Charakter Charakter genau was ist das hier kritische Treffer und das Hals sagen 20 liegt ach wat wir brauchen den Mist nicht gut so komm mach weiter oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Aua! Aua! Ich hab's geahnt, ehrlich. Ich hab's geahnt, dass ich nicht lange durch halt. Weg! So. Ja, ja. Aua! Aua! Oh Gott! Nein! Mann! Ja, Moment! Alter, lass mich doch mal hier in Ruhe! Aua! Ich kann ja gar nix, aber... Boah! Gott sei Dank, so gerade eben noch. Sag mal, was geht denn jetzt hier überhaupt noch ab? Ah! Ich hab's geahnt, ey! Ich hab's geahnt! Ja! Ja! Okay! Erneut versuchen, ja logisch bis jetzt schaff' und wenn ich das 400 Mal machen muss... Das ist mir egal! Och, ich hab ehrlich... Oh, Mann! Ich konzentriere mich jetzt mal. Kann sein, dass ich gar nix sag' Englisch! Aua! Weg, 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 weg. Aua. Weg. Au. Ach, da hab ich ja gar nichts mehr. Scheiße. Nicht da. Mann. Ja. Ei, ei, ei. Ach, ja, ja. Ich werd das nie schaffen. Aua. Nein, nein. Nein. Ah, wieder nicht. Ich muss doch mal... Alter. Sag mal, kannst du mal aufhören damit? Das war ein Anteil mit uns aufhören damit. Na ja, danke. Los, mach's schon. Oh, doch noch. So, jetzt. Nein, 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 nein. Au, aha. Ei, ei, ei. Raus, 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 raus hier. Oh, Etariel, jetzt ist aber mal gut hier. Ja, war klar. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Komm, 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 jawoll. Wo ist der? Wo ist der? Aua. Scheiße. Ja, komm, mach's schon. Ja, ja. Ein Dreck ist das, ey. Die Diener von Sauron trotzen den Tod, genau wie du. Ja, ja. 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 Oh, mein Gott. Ja, ja. Der ist, ey, nee. Scheiße, dunkel macht verblascht vor dem Liebten Kaladriels. Es tut mir so leid. MAAAN! 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 Wo is that penne? MAAAN! Au. Mann, ich... Mann, ich bin. Ich bin. Mann, ich bin. Mann, ich bin. Weg, 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 weg! Scheiße, jetzt bin ich auch noch verflucht, ey! Ei! Aua! Seгрad. Mä def. Aua! Aua! Weg 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 Mensch allzu viel, allzu lange dürfte das doch nicht mehr dauern ey Ei, 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 komm ok kreis, Gott sei Dank weg Ey, immer wenn ich das mache ey So, yes, ich hab ihn, ja voll, ja sprach die Olja Jackalacka Boom Mann Fluchte Axt ey Ja, 740 Leute ey Aber gut Na Mm Ja, da Ja, da Ja, da Falsami Ich erzähle Joo seinem Untertitelung des ZDF, 2020 Was hat man euch angetan? Kniet vor eurem König! Hattest du eine Vision? Ja. Dann verstehst du es. Dieses Volk war einst mächtig, doch einem Ring der Macht konnten sie nicht widerstehen. Saurons Ringe wurden geschaffen, um ihre Träger zu unterwerfen. Das begriff ich viel zu spät. Aber nun... ...hab ich einen Ring geschmiedet, der perfekt ist. Dieser ist rein. Rein wovon? Frag ich mich. Ja, aber nicht... Oh! Okay. Ja, das sind... ...zimmlich viele. Wenn unser Schatten über der Stadt hängt, können wir sie nicht wieder zurückerobern. Doch es gibt andere Orte in Mordor, die wir erobern können. Wir müssen nur unsere Armee verstärken. Ja, das stimmt. Die Armee verstärke ich. Auf jeden Fall. Ja, ich wusste gar nicht, dass das so heftig ist. So. Ja. Ich weiß, dass das... ...für meine Warte... ...ist aber das okay. Für viele halt nicht. Aber wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Und abonniert den Kanal von mir. Und damit ich euch in Zukunft auch gut unterhalten kann mit vielen anderen Spielen. Denn nur so lohnt sich das, damit ich weitermache und weiterspiele. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.